ja hallo herzlich willkommen zu einem weiteren video in diesem video wollen wir mal den gaming pc für 700 euro anschauen denn flo arme oder flo aim hat mich angeschrieben und hat gesagt er möchte gerne ein gaming pc für 600 euro mal sehen oder ich weiß ja nicht und habe mir jetzt gedacht doch noch vor neujahrsbeginn das video rauszuhauen für den 700 euro gaming pc und da haben wir angefangen mit einem intel core i5 470k mit 4 x 3,4 ghz er hat einen topodock von 3,8 ghz 480 watt tdp und eine integrierte grafikeinheit die intel hd graphics 4600 so jetzt würde ich erst mal denken hier steht jetzt wieder ganz normal intel core i5 bla 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 und da ganz hinten steht jetzt wof was heißt wof normalerweise stand ja immer box bei der box version ist normalerweise immer schon ein kühler dabei der standard kühler den ihr normalerweise auch mitkriegt hier jedoch nicht hier kriegt ja nur den reinen prozessor mit also kein kein kühler aber den kühler schauen wir uns jetzt an das ist nämlich der terminal right macho 120 der revision a ist ein tower kühler habe aber beim gehäuse und beim kühler nochmal geguckt ob das mit der länge breite und höhe passt fürs gehäuse habe ich nochmal geschaut passt alles also braucht ihr euch keine sorgen machen ist ein ziemlich lüfter leiser prozessor kühler kühlt sehr gut hat 1300 umdrehungen die minute höchstens und kann richtig viel luft befördern das heißt es ist perfekt zum kühlen eurer cpu dann haben wir jetzt als mainboard das as rock z87 pro 4 mit dem intel z87 chipsatz so wir fangen mal gleich an es ist natürlich ein atx mainboard wie jedes fast jedes mainboard das man zum desktop braucht hat einmal dvi einmal hdmi einmal vga vier arbeitsspeicherslots also jedes davon jedes arbeitsspeicherslot unterstützt maximal 16 gigabyte wir haben fast jede denkliche speichermodul größe die sich diesem anpasst dann haben wir einmal pci express 3.0 das heißt ein grafikkartenslot zweimal pci 2.0 einmal pci express einmal pci x zweimal pci sechsmal anschlüsse für festplatten und so weiter also es hat eine 7.1.1 soundkarte 5 3.5 mm klinken ein tos link und via hdmi via hdmi natürlich dann den netzwerk adapter der bei jedem dabei ist und dann noch zweimal usb 2 und viermal usb 3.0 ja und einmal ps2 so ich denke das waren das war alles soweit und ich kann euch sagen das reicht eigentlich für jeden aus bei ihr wisst ganz genau jedes mainboard hat ein bisschen andere anschlüsse aber letztendlich unterscheidet das mainboard nicht von der schnelligkeit fast jedes mainboard ist gleich schnell da gibt es kaum unterschiede auch wenn ihr jetzt das teuerste mainboard der welt kauft dann haben die halt mehr anschlüsse und so weiter aber ihr habt dadurch jetzt nicht automatisch mehr leistung dieses mainboard ist ziemlich gut und hat genügend anschlüsse für fast jeden denke ich mal so jetzt haben wir als arbeitsspeicher für jeden gamer natürlich wieder 8 gb g skill rs ddr3 1600er im dimm cl9 dual kit 1600 megahertz und cl9 sind recht schnell und 8 gb sollte für jeden gamer heutzutage ausreichen und für 700 euro gaming pc kann man da eindeutig nicht meckern dann haben wir jetzt als grafikkarte für jeden gamer natürlich einmal die 2 gb power color radeon hd 7870 in der xt version das ist die besonders noch mal aufbereitete version von der radeon hd 7870 gigahertz edition das heißt dieser hier hat sogar 1536 einheiten statt 1500 ach 1200 oder so ja anstatt 1280 hat diese hier 1536 einheiten das heißt hat noch mal mehr leistung und so weiter und so fort sollte also für jeden gamer genügen und ich könnte mir durchaus vorstellen dass ihr hiermit battlefield 4 mindestens auf hoch spielen könnt dann haben wir als hdd festplatte weil eine ssd ist leider nicht drin wir haben hier eine 1 terabyte seagate desktop hdd 1 terabyte sollte eigentlich wirklich viel genug also sehr sehr gut sein und genug sein und sie ist eine überdurchschnittlich schnelle festplatte die mit 7200 umdrehungen die minute taktet und nicht mit 5400 mehr ja also dementsprechend auch für sehr sehr gut für gamer geeignet und 1 terabyte sind mehr als genug dann haben wir als netzteil ein 54 watt korsair cs series modular 80 plus gold diese dieses netzteil ist mit 54 watt genug ausgestattet für diesen pc reicht komplett aus sogar ist noch luft nach oben für übertaktung und so weiter und so fort ist mit dem intel natürlich auch möglich ihr könnt diesen übertragen weil ihr habt natürlich freien multiplikator dann mainboard ist auch perfekt zum übertragen dann haben wir also das mainboard die einzelnen komponenten damit übertragen dann haben wir die grafikkarte die sich glaube ich auch noch mal übertragen lässt oder ja die ist die lässt sich auch noch mal übertragen die ist noch nicht übertragen das heißt ihr habt ihr wirklich luft zum übertragen und perfekt für dieses modulare netzteil auch noch wo ihr die kabel dann abnehmen könnt ihr nicht mehr braucht also perfekt für euch dann haben wir jetzt als gehäuse wo dann alles reingepackt wird ein sharkoon rex 8 value mit sichtfenster ist ein midi tower ohne netzteil vorinstalliert in weiß sieht ganz stylisch aus hat zwei vorinstallierte lüfter es sind 220 mm lüfter erweiterbar und ihr habt sogar ein sichtfenster wo ihr dann noch mal diese blauen ja blauen lüfter sehen könnt und dann möglicherweise auch noch immer sehen könnt aha was jetzt da los geht der lüfter nicht mehr und so weiter und so fort ihr könnt da ganz gut hinschauen hat als frontanschluss ein kopfhöreranschluss ein mikrofonanschluss viermal usb 2 und zweimal usb 3.0 das heißt es sind auch wirklich genug anschlüsse dabei so jetzt abschließend möchte ich noch mal ganz kurz zu flow arme oder flow aim sagen der pc sollte eigentlich 600 euro pc sein aber ich habe mir gedacht ich muss das einfach für euch jetzt machen ich habe es probiert ein 600 pc euro 600 euro pc zu machen hat aber nicht funktioniert ich habe wirklich alles gegeben ging nicht ich habe alles runter gepusht wie es geht aber es geht ja wirklich nicht ich habe jetzt bei dem pc um die 750 euro ausgerechnet weil die preise natürlich variieren und dementsprechend 750 euro ich würde sagen 750 euro ist ein guter preis ist der pc auch wert meiner meinung nach und damit kann man wirklich spaß haben anstatt mit dem 600 euro pc der dann vielleicht ein paar sachen schwächer hat ja dementsprechend hier bitteschön für dich flow aim dein gaming pc den du von mir wolltest ich hoffe euch hat das video gefallen schreibt es in die kommentare macht's gut und bis zum nächsten mal